Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aus diesem Grund hat VORTEK Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit Sie die sieben Attribute besser verstehen, die Sie special machen. Sprechen wir über die Vorteile der Beweglichkeit. Eine Nuklearexplosion und der darauf folgende radioaktive Niederschlag haben viele negative Auswirkungen auf das Leben, wie wir es kennen. Die dauerhafte Strahlenbelastung kann die Menschen an der Oberfläche in geschwächte, verrottende Wesen verwandeln, ohne Sinn und Verstand. Sie haben keine Manieren und sind sehr leicht reizbar. Machen Sie das Beste aus den Ihnen zur Verfügung stehenden Waffen. Aber der Wille allein hilft Ihnen nicht viel weiter. Versuchen wir es nochmal. Denken Sie daran, mit Ihrer hohen Beweglichkeit können Sie entschiedener mit Wads agieren. Beweglichkeit kann Ihnen auch in schwierigen Situationen helfen. Aber warum sich selbst diesem ganzen Stress aussetzen? Versuchen Sie es auf subtilere Weise. Der heimliche Ansatz ist immer eine Überlegung wert. Ihre Beweglichkeit kann einen Schleichangriff zu einem taktischen Manöver machen. Aber denken Sie daran, andere haben vielleicht die gleiche Idee. Ihre Beweglichkeit hilft Ihnen dabei, durch das Ödland zu kommen und hat noch weitere Vorteile. Überfallen Sie einen ahnungslosen Träumung. Laden Sie Ihre Waffe schnell nach. Decken Sie weitere Ziele mit zusätzlichem Schaden. Lesen Sie aufmerksam Ihre Vortech-Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen Sie, was Sie special macht?